Herzlich willkommen zu Let's Drive Eurotrack Simulator 2 oder kurz ETS 2 hier auf meinem Kanal. Let's Drive, was bedeutet das? Ganz einfach, im Gegensatz zu einem Let's Play, was nach 15 bis 20 Minuten eigentlich einen Cut macht, werden wir im Let's Drive jeden Auftrag vom Anfang bis Ende durchziehen. Was bedeutet, da wir ein komplett neues Spiel starten, dass die ersten Touren kurz sein werden, weil wir noch nicht so große Distanzen fahren dürfen. Müssen wir erst nach und nach hochskillen und dann irgendwann, wenn die Touren dann dementsprechend länger sind, 3, 4, 5.000 Kilometer oder so, kann es auch schon ein paar Stunden lang die Folge sein. So, das zur Erklärung und dann geht's mal jetzt weiter. So, endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet, leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung, Fertig-Großwände für LKW, Lok, GmbH, sicher zur Entladestelle nach Luxemburg zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Fahrt vorsichtig. Wie gesagt, wir fahren im Moment erstmal für jemand anderes. Bis wir genügend Geld erwirtschaftet haben, um uns unseren eigenen Truck vorwürfen zu können. Und im Gegensatz zum Let's Drive American Truck Simulator Werde ich hier die Testweiten nicht so weit vor aufnehmen. Beziehungsweise Mittwochs beziehungsweise Donnerstags dann die nächste Fahrt aufnehmen. Eventuell auf Freitag. Damit noch genug Zeit zum Rendern und Hochladen ist. Und für YouTube, die müsst ihr das ja das ganze Jahr dann noch bearbeiten. So, dass es dann auch wirklich einen schönen 4K für euch zu sehen ist. In der Zeit könnt ihr natürlich dann gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der letzten Fahrt gehalten habt und so weiter. Wenn es konstruktive Kritik ist, wenn es konstruktive Kritik ist, wenn es konstruktive Kritik ist, wenn es natürlich auch gern gesehen ist. Und das Ganze kommt daher, da hier der Fahrer ein bisschen technische Probleme verursacht hat. Die brauchen eigentlich Computer. Und das Dingpunkt nochmal komplett von vorne beginnt. Dadurch auch der Start von Let's Drive Euro Truck Simulator 2 um eine Woche verspätet. Und eigentlich hätte der ebenso wie Let's Drive ATS, beziehungsweise als ausgesprochener American Truck Simulator, vor einer Woche starten sollen. Naja, wie gesagt, hätte, hätte sollen. So, habt ihr aber wirklich jetzt die Möglichkeit, euch kommunikativ mit mir zu beraten, zu besprechen. Wenn ihr meine Tipps und Tricks geben zu können, zu müssen, zu wollen, das tun. Das dann allerdings, wie gesagt, bis spätestens, eigentlich mittwochs abends, maximal donnerstags noch. Aber da kann ich, kann und gebe ich kein Versprechen drauf, dass ich da noch drauf reagieren werden kann. Bitte links halten. Schon eingefädelt. Bitte links halten. Und da kommt die Grenze zu Belgien. Und da kommt die Grenze zu Belgien. Bitte rechts halten. Unsere erste Tour führt uns nach Luxemburg. Nehmt die Ausfahrt links. Niehmt die Ausfahrt links, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer geradeaus. So ein klein bisschen mehr Abstand zwischen uns. Das ist mit dem PKW dahinter, dem LKW vorne. Der wollte eben überholen. Wir haben da gerade dieses Überholverbot in dem Moment. Der ist wieder eingeschert. Und es kam lange Zeit nichts dagegen. Ich konnte ja durch die Kurven auch nicht sehen. Aber trotzdem nicht erneut zum Überholen ausgeschert. Ja, tsch, 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 tsch. Immer geradeaus. Ja, ja. Oh, mein Gott. Ach, weiß... Oh no. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach nicht, ich bin so gut. Wollt ihr? Hallo? Ist es schon mal wieder? Oh, komm schon. Ich habe schon was, die da rüber rüber ist. Was ist das? Unruhe 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 Ja, ich will nur kurz sein. Das war's für heute. Da hast du hier noch so schön viel Platz. Wir setzen uns erstmal gerade. Wir ziehen da noch was vor. Das war jetzt eigentlich nur noch... Ich merke deutlich, ich habe noch ein paar Jahre lang nicht mehr gefahren. Das war's für heute. Wenn ihr denn meint, der steht so gut, sage ich mal nicht nein. Ih, ersten Level direkt geschafft, sehr schön. Das ist unsere Firmenzentrale. Naja, sollte man eigentlich noch nicht so benennen. Oder keinem zeigen, sagen wir mal so. Weil jeder Kunde, jeder Auftraggeber, der diese Firmenzentrale senden würde, würde sagen, ne, ich summe doch übereinander. Ne, ich summe doch übereinander. Eine sehr schlichte Garage. Nichts besonderes. Aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Und viel Glück. So. Da bin ich kein Punkt. Erstmal in die Fernfahrt. Jetzt im Moment können wir bis 250 Kilometer fahren. Ab sofort bis 350 Kilometer. Und alles, was über die ursprünglich 250 Kilometer geht, bekommen wir 25 Prozent mehr Vergütung und 25 Prozent mehr Erfahrungsbonus. Sehr gut. So. Karriere. Ist natürlich noch nicht viel drin. 19 Tonnen. Ein Auftrag. Zwei Firmen bedient. Zwei Firmenhöfe. Sehr gut. Viertika-Auswende ausgezeichnet. Pünktlich und unbeschädigt. Ja. 0,17 Prozent von der Karte. 102 Städte. Köln. Unsere Heimatstadt. Und Luxemburg. Klar. Zwei Länder. Zählt Luxemburg nicht eigentlich als eigenständiges Land. Deutschland. Ähm. Weil da müsste es ja Deutschland, Belgien und Luxemburg sein. Moment mal eben. Ja. Hier steht es als eigenständiges Land. Dann hat er unser Land unterschlagen. Gut. Ein LKW-Händler haben wir entdeckt. Hab ich gar nicht mitbekommen. So. 18 Minuten. Ingame Zeit. Vier Stunden. Erfreulicherweise. Keine Bußgelder im Moment. Und mit diesen schönen Aussichten. Und lesen wir auch eben die E-Mail. Zack. Ja. Branden. Ah. In Luxemburg haben wir den LKW-Händler gefunden. Okay. Mit diesen Freund erfreulichen Aussichten, dass wir noch keine Bußgelder haben bezahlen müssen, entlasse ich euch aus dem Wochenende. Morgen ist ja wieder Montag. Heißt es wieder arbeiten. Außer für mich. Ich habe gerade Urlaub. Ähm. Seid mir gewogen. Bleibt mir gesund. Habt Spaß bei allem, was ihr unternehmt. Und dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Von Let's Drive Euro Truck Simulator 2. Wie gesagt, gerne könnt ihr in den Kommentaren euch mit mir darüber unterhalten. Ich werde dann eventuell nicht nur in den Kommentaren, sondern auch in der nächsten Episode darauf eingehen. Und bis dahin sage ich dann. Arrivederci. Winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.